hallo leute und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight die folge nimmt buddy jetzt nicht mit auf weil ich ja die letzte folge verkackt habe und mein obs falsch eingestellt hatte und der ist aber trotzdem mit zu hören wie ich in seiner letzten folge genau damit wir jetzt einen kleinen ausgleich haben dass mir keine folge fehlt und er immer mit seinen bretter weisse mit dem brett vom kopf ach deswegen spielst du so scheiße ja alles ist alles bloß spaß so also ich prophezei jetzt wieder michael du sollst die klappe halten komischweise letzte zeit habe ich meistens immer recht und wieder jetzt ist es schon wieder die zuflucht auch nein es ist der trapper es ist der trapper es ist der trapper einsteller na ja gut okay das ist bereits komisch ist der trapper und ich habe gleich mal herzschlag instant echt läuft immer bei mir oh ja dann inner disconnect okay oder erst rausgehen ja oder das ja ich habe herzschlag ach der ist bei mir ich bin jetzt schon mal an dem engine ist bei mir er ist bei mir hauen sie ab mann bin nur an dem engine gewesen aber der ist ach der ist dass der bei mir ist okay ja ich bin glaube ich auf der anderen seite das blöde ist jetzt bloß jetzt haben wir einen generator mehr den wir machen müssen dadurch dass er jetzt rausgegangen ist weil sonst wären es vier gewesen jetzt haben wir aber fünf ja lässt er den jetzt echt liegen oder was ne 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 ach dort alles klar der ist genau vor mir die dumme sau alter ich bin im schrank drinne kommst du an den ran versuchst ihn runter zu holen naja wenn er mal weg abhauen würde ja so engine läuft hat der jetzt mal ab also hat der engine den auch nicht weggelockt naja jetzt ist er weg ist er weg ok aushaken alle falle entschärfen erst ja jetzt kommt er ja dann ist es trotzdem ein camper scheiße jetzt hat er mich doch erwischt die dumme sau ich würde es ja riskieren aber eigentlich ist es zu weit weg das sind komische geräusche die du von dir gibst ich habe mich stehend in den schrank versteckt ja das hört ja das kriegt ja hundertprozentig mit aber anscheinend doch nicht der ist weiter gelogen nein guck mal wieder ja hier ist der meine fresse ich habe abgewimmelt ich konnte aber nicht retten das war jetzt dumm ja und da guckt natürlich instant in den schrank der idiot alter echt jetzt ich muss mich erst mal heilen jetzt hier der fluchtversuch hat nicht geklappt Misti kack ja der kämpft sowieso das ist egal du müsstest eigentlich bloß versuchen noch einen engine anzukriegen dann kannst du wenigstens gucken ob du die luke findest ich habe aber keinen herzschlag mehr heilst du dich gerade hast du keinen sanikasten doch der ist alle das ist scheiße ach Misti kack ey scheiß dreck wo bist du ja ich bin schon weg hör hell oah jae siehst sagt man bescheid mit ja noch gucke ich nicht mehr noch im menü okay das ist ein level 19 er hat einen zusätzlichen weg 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 nicht durch die tür nicht in schrank war die erste durchs fenster das nicht gehört ja ja ich hab's gesehen er hat mich auch nicht gehört er kriegt ja jetzt ja das war klar dass der ein schrank guckt ja ist dreimal wickeln 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 ja das bringt ja doch der haken ja du hättest aber luft gehabt er hat kein eis und griff drin das ist ein penner ey das war scheiße warte ein penner und gleich instant raus oder was ne doch nicht so fast jeder gleich viele punkte gemacht und zack raus so dann nächste runde willst du ein oder so ich mach gleich mach gleich ok da ist die schicke einladung zack hoffe ich würde die nächste runde mal besser oh du warst ja noch gar nicht da scheiße ich bin irgendwie ja jetzt wirst du wahrscheinlich rausfliegen denke ich mal aber ich habe jetzt zu zeitig auf bereit gedrückt bin im komplettmenü ja na warte dann gehe ich noch mal raus ja das war jetzt mein fehler brauche ich jetzt zu schnell warte kriegst gleich noch eine einladung so jetzt jetzt kann ich bereit drücken also das hier bitte meine damen und herren was war denn das in der letzten folge in der letzten runde wo er wird wir wollen aber nicht abkupfern auf keinen fall ja ist da heilig hallo freunde jawoll so muss das laufen nee ach nee jetzt müsstest du normalerweise auch noch auf den wechseln nein da ist es was du mal lieber gern Knackauch auf den drauf guckst ich bin ich habe besprochen und bin level 15 so kann man mal gucken mal gucken was er machen so klein wird rausgehen halloo na killer ne überlebender survivor mache ich jetzt die drei sekunden der wird sowieso mit gezogen so wenn wir pech haben ist es ein afkler dann steht er bis rum ja und ist aber auch gleich der erste am haken erhöht deutlich die chance ok irgendwas mit erhöht deutlich die chance du und deine komischen bretter so die sind gut na für was sind denn die mein brett keine ahnung ich habe das immer noch nie noch genau meine Güte die bretter die die welt bedeuten oder was ja wahrscheinlich die zeigen mir wo es hingeht aha als schilder weißt du aha designt me up so ein schild hack oder wie alter willst du mich rollen ich bin oben drauf gespawnt auf dem was ist denn das hier cold windform mähdrescher hm ja also wenn der mich nicht gesehen hat dann weiß ich auch nicht hm muss nicht unbedingt sein kommt der wamm wo der killer spawnt oh da ist einer am ja und da ihr drei nur alle gleich aussieht ähm stimmt nicht stimmt nicht einer hat kein bord ach so jetzt habe ich einen killer gar nicht prophezeit da ist einer gerade aus dem haus raus ich sage es ist Michael ne das warst du also von uns einer ist mir schon viel zu schon wieder viel zu ruhig hier es kann bloß Michael sind worum haut denn der ab der hat mir gerade geholfen generatoren mitzumachen jetzt ist der abgehauen ja wahrscheinlich weil der fast fertig ist oder nö da war nur ein viertel war da naja dann hauen die meisten ab wenn du zu zweit machst mach den ruhig fertig warum weil der dann weil der dann weil der dann weil der dann aber schon den nächsten sucht ja es ist Michael wo ist es doch ne es ist der geist es ist der geist es ist der geist ah ich hänge wie gesagt es ist der geist wie gesagt es ist der geist hier oh der hat doch noch iron grab drin oder was oh scheiße oh und in keller natürlich oh fuck ey Achtung macht sich unsichtbar scheißen dreck und der noch von den anderen da ob es in zwei herum aber das sind nur die zwei jakes weiß ich nicht ob die herkommen verstecken sie sich die verstecken sich bloß wie es aussieht ja vor allem rennen die auch die ganze zeit warum ja ja versuch's mal ja ja wie gesagt ich höre nicht er hat sich auch getornet also ich weiß nicht wo er ist ich weiß nicht ob er noch hier ist ach die anderen zwei machen die haken wahrscheinlich du mich nie runter hä ja 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 ooooh ich hab gedacht ich schaff's noch scheiße schon weg dieses scheiß camber alter das kotzt einen an sowas die sollten ihren job machen und hier rumkämpfen solche noobs ey du hast du tot ne ja ja es war eh schon kurz vor knapp hallo wie wärs mit retten ihr affen danke fürs teamplay oh mein gott was sind das für leute echt und der steht trotzdem noch dort oben das ist eine campersau ey erhober das ist ne ohne worte serie aber es ist na ja beim baumel ist wieder eine glocken gefasst wa sind die zwei immer noch beim dingsbumsen hier ja der ist immer noch hier die kommen nicht he die anderen zwei ja ne die versuchen es aber der vogel steht da hier oben ja gut jetzt hab ich schon abgesendet na gut jetzt hab ich schon abgesendet der kommt zu mir runter he oder naja der andere macht die haken ganz schlecht ganz schlecht ganz schlecht sorry leute ja guck mal der lässt den aber eiskalt hängen ey ja das ist kein team day alter das ist keine ahnung aber das ist scheiße wenn der dort kennt du kommst dort nicht hin wenn du unten bist ist es eh zu spät und der vogel kommt dir hinterher der killer ja im keller ist generell schwierig aber dann kann man das ja zusammen machen wisse doppelt weil da kann wenn wenn er nicht angeht ist da kann ich bloß eh mal hitten ohne dass du gleich umfällst wenn er keinen speziellen perks drin hat und jetzt muss aber erstmal die luke finden und die luke ist da genau ja das ist trotzdem kein team player das ist ich habe sie gehört ich höre sie schon da ist sie ja da war sie Juuuut camp killer ganz einfach so meine damen und herren was war die Folge schon wieder los da würde ich auch mal sagen obwohl die folge jetzt besonders ziemlich schnell ging ist jetzt aber auch egal ihr habt ja selber gesehen die runde war jetzt nicht so kameradschaftlich und so aber was willst du machen passiert halt ja und ich würde sagen danke fürs zuschauen trotzdem wenn es euch trotzdem gefallen hat dann lasst ein bisschen Feedback da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dahin Ciao Ciao Jo Ciao